Das hier klappt? Oder muss ich noch mal? Es klappt, aber man braucht mehr Sonnale. Oh, was bist du denn? Bleib hier! Das hilft uns erstmal nicht weiter. Bleib an! 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 Wo sind sie? Ich muss euch einsammeln. Ach, das ist die Rückseite. Das ist die Rückseite von dem, wo ich gerade war. Das war's nun schön. Gut, jetzt geh ich mit denen erstmal zurück. Oh, ein Krebs. Oh, schnell, schnell, schnell. Ich hab ganz, ganz viele von diesen Steinen. Ja, schön, wenn ich die noch bis zum C kriegen würde. Das vermutlich nicht klappt. Kommst du jetzt mal her? Schade, schade. Da sind jetzt bestimmt ein paar verloren gegangen. Vor allem was mit den Steinen wohl. Also ich hoffe, die liegen jetzt da. Also diese Explosiven, wo ich sie verloren habe. Die Keimlinge sind ja scheinbar egal. Die bleiben ja bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz viel Geld. Naja, so hab ich meinen Überschuss auch weg. Auf den bombing. Okay, da habe ich vier gebracht. Damit haben wir doch bestimmt ein kurz gemacht. Ich glaube, das hat er bis zum nächsten Mal gemacht. Und so wird die Keimling rausgebrochen. Wee! Not so sure. Von den Roten habe ich aber wieder ein paar mehr, jetzt sind wir wenigstens von einem wieder gleich auf. Wir sind in das Gebiet zurückgekehrt und gegen die Drake ursprünglich nur geplant waren. Zu dem Zeitpunkt haben wir es nicht gemerkt, doch von dort geht ein starkes Signal aus. Es muss einfach dieser Raumfahrer von Poco Tarte sein, der wie es scheint unseren Überlichtschlüssel an sich genommen hat. Jetzt, da wir zu drück zum Seitenwind noch finden könnten.